Hast du schon gehört? US-Rapper Travis Scott hat sich die Ex von 50 Cent geklärt. Ein Video ist aufgetaucht, dass Travis Scott auf dem Weg ins Hotel zeigt. Kurze Verabschiedungen und eine Frau steigt mit in den Wagen von Travis Scott. Und hierbei handelt es sich nicht um eine Unbekannte. Die Frau ist Cuban Link, die Ex von US-Rapper 50 Cent. 50 und Cuban Link haben Anfang des Jahres das Aus ihrer Beziehung bekannt gegeben. Der Rapper wolle sich auf große Projekte fokussieren und das ganze Jahr 2024 abstinent leben. Cuban Link scheint Interesse an Rappern gefunden zu haben und hat sich Travis Scott klar gemacht. Ob es sich hierbei um eine einmalige Sache oder eine Beziehung handelt, dazu haben die beiden sich noch nicht geäußert. Auch von 50 gibt es bisher noch keinerlei Reaktion. Sobald es neue Informationen zu dem Thema gibt, hörst du es zuerst bei uns. Für mehr Rap News, mach das Plus weg und folge unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.